Wilster ist eine Stadt im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein. Geschichte Wilster bildet das Zentrum der Wilstermarsch, einem der größten Viehzuchtgebiete Deutschlands. Bereits 1163 wurde zum ersten Mal eine St. Bartholomäus-Kirche erwähnt, die wohl auf der Wurt nördlich der Wilsterau lag und zum Mittelpunkt einer Siedlung holländischer Kolonisten wurde. 1282 erhielt die Siedlung Lübsches Stadtrecht und gehört damit zu den ältesten Städten Schleswig-Holsteins. Am Übergang über die Au wurde Markt gehalten, hier ist bis heute das alte Rathaus von 1585 erhalten. Es zeugt vom großen wirtschaftlichen Aufschwung Wilsters im 16. Jahrhundert, der durch die Lieferung von Getreide nach Hamburg und Fernhandel mit eigenen Schiffen bis nach Schottland und Portugal entstand. Die Kriege im 17. und 18. Jahrhundert verringerten den Wohlstand Wilsters. Eine zweite Blüte erlebte es jedoch Ende des 18. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit stammen die St. Bartholomäus-Kirche von Ernst Georg Sonnen und vornehme Bürgerhäuser, wie das heutige Rathaus und das Haus Michael-Elsen, von dem heute nur das Gartenhaus in der Sonnenstraße erhalten ist. 1878 bekam Wilster einen Eisenbahnanschluss, wodurch auch in kleinerem Umfang Industrie entstand. Dadurch und dank der damaligen Nachfrage nach Agrarprodukten wurde die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg zu einer weiteren Blütezeit Wilsters. Nach dem Krieg hatte es damit zu kämpfen, dass Gewerbe eingingen und Bewohner abwanderten. Der Neubau der Kasen-Orter-Schleuse sorgte dafür, dass jedenfalls die Wilster ausschiffbar blieb. Heute dient Wilster als Unterzentrum für die umliegenden Gebiete. Seit dem 1. Juli 2005 bildet die Stadt Wilster mit dem Amt Wilstermarsch eine Verwaltungsgemeinschaft. Seitdem führt das Amt Wilstermarsch die Verwaltungsgeschäfte der Stadt. Klima An 64% der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes werden niedrigere Werte registriert. Der trockenste Monat ist der Februar. Die meisten Niederschläge fallen im Juli. Im Juli fallen 2,3 Mal mehr Niederschläge als im Februar. Die Niederschläge variieren sehr stark. An nur 21% der Messstationen werden höhere jahreszeitliche Schwankungen registriert. Politik Seit der Kommunalwahl am 26. Mai 2013 hat die CDU 9 und die SPD 8 Sitze in der Ratsversammlung. Blasonierung Geteilt von Rot und Blau Oben ein silbernes Nesselblatt belegt mit einem von Silber und Rot geteilten Schildchen. Unten schwimmend auf silbernen Wellen ein silberner Fisch Sehenswürdigkeiten. Das alte Rathaus von 1585 ist ein Renaissancebau. Das neue Rathaus wurde im Jahr 1786 errichtet. Die spätbarocke St. Bartholomeuskirche, die zwischen 1775 und 1780 errichtet wurde, Verkehr Durch das Gemeindegebiet verläuft die B5 nach Itzehoe und Brunsbüttel sowie die B431 Richtung Meldorf. Wilster hat einen Haltepunkt an der Marschbahn von Hamburg-Altona nach Westerland auf Sylt, an welchem Züge der Nord-Ostseebahn halten. Mit der Regionalbahnlinie 62 besteht stündlich eine Verbindung nach Heide oder nach Itzehoe, von wo aus ein Anschluss an Regionalexpress-Züge nach Hamburg, Westerland oder an ICS nach Stuttgart, Frankfurt, Dresden oder Karlsruhe besteht. Der Personenverkehr auf der Bahnstrecke von Wilster nach Brunsbüttel wurde am 27. Mai 1988 eingestellt. Dorthin verkehren heute allerdings noch zahlreiche Güterzüge zu den dortigen Industrieunternehmen und zum Elbehafen in Brunsbüttel. Mit den Linien 6601, 6610 besteht von Wilster ein Busverkehr Ruhr, nach Kudensee, St. Margareten, Brugdorf und Wewelsfleet. Zudem führt die Buslinie 6606 durch Wilster, welche die Schleusenstadt Brunsbüttel mit Itzehoe verbindet. Energie Wilster ist Standort eines 380 kV Schaltwerks. Die geplante Hochspannungsgleichstromübertragungsleitung Nordlink mit einer Kapazität von 1400 Megawatt verläuft zwischen dem norwegischen Tonstadt und Wilster. Sie soll 2018 in Betrieb gehen. Diese Leitung könnte aus regenerativen Energiequellen erzeugten Strom nach Norwegen transportieren, um ihn dort in Pumpspeicherkraftwerken zu speichern und bei Bedarf nach Deutschland zurückzuführen. Sonstiges Wilster im Kreis Steinburg verdankt seine Bekanntheit auch der Tatsache, dass dieser Ort seit Jahrzehnten als Beispiel für das Ortsschild dient. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt 1571-18 Oktober Wolfgang Radtke 27 April 1635 in Erfurt Didaktiker und Pädagoge 1572-22 November Gililmus Aladus 8 Mai 1645 Krempel Lyriker Verfasser von Predigt-Sammlungen und Kirchenliedkomponist 1660-29 August Reimer Peter von Reda 14 Februar 1711 in Glückstadt 6 März 1711 in Lübeck Lübecker Dummherr und Königlich-Dänischer Rat 1829 Januar Johann Maier 16 Oktober 1904 Heimatdichter 1890-27 September Minna Wilde 31 Juli 1975 in Uttingen bei Bern Sängerin und Pädagogen 1938 November Amber Maren Piske Deutsche Politikerin M.D.H.B. 1943 10 Februar Gerd Börnsen 10 Mai 2014 in Kiel Deutscher Politiker M.D.Elle 1943 29 April Klaus Grawe 10 Juli 2005 in Zürich Psychotherapie-Forscher und Psychologischer Psychotherapeut 1965 Februar Birgis Schade Schauspielerin 1968 Oktober Alex Bening Musiker 1995 Juli Moana Behrens Volleyballerin in der 1 Bundesliga